Jeremia 34, Verse 6 und 7 Und der Prophet Jeremia sprach alle diese Worte zu Zedekiah, dem König von Judah, in Jerusalem, als das Heer des Königs von Babel schon kämpfte, ging Jerusalem und alle Städte Jüngers, die übrig geblieben waren, gegen Larich und Asetar, denn diese waren noch übrig geblieben von den befestigten Städten Judas Ampel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017